Beim Wiegen runter. So Leute, herzlich Willkommen zum offiziellen Kriegen für die Stikos Fight Night morgen, die im Zirkus Krone stattfinden wird. Wir werden 8 Kämpfe haben, 2 EM Kämpfe, 2 WM Kämpfe, ein paar Superfights und eine deutsche Meisterschaft. Fangen gleich an mit dem ersten Kampf, es ist ein Volkskampf. Also dann in die rote Ecke, Josef Furak aus der Slowakei. Bis 80 Kilo. Aus der Slowakei Josef Furak. Kösz. 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 78,5 78,5 Jetzt dann eine Gegenüberstellung Zu den Fotografen Gut, komm auf! Danke schön Danke schön Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt aus Frankreich, Zakaria Mesudi. Vielen Dank. Vielen Dank. 81 Kilo. Und sein Gegenüber aus dem Stinko-Sportcenter, Dino Bilangia. Vielen Dank. 79 Kilo. 79 Kilo. 80 Kilo. Dann kommen wir zum ersten Titelkampf, deutsche Meisterschaft im Schwergeweicht bis 95 Kilo, aus Deutschland Badim Fega angerufen. 96 Kilo, 96 Kilo. Und sein Gegenüber aus dem Steko-Sport-Studio, Leon Gabalas. 94,5 Kilo. Okay. Das ist die Gegenüberstellung, face to face. Warte, warte, warte nochmal. Okay. Dann Kampf Nummer 4, auch ein Superfight im Schwergewicht bis 90 Kilo, aus Frankreich, Ismael Tuncay. Aus Frankreich, Ismael Tuncay. 89 Kilo, 89 Kilo. Dann sein Gegenüber aus dem Steko-Sportcenter, Flamor Mehmeti. 90 Kilo, genau 90 Kilo. Genau 90 Kilo. Dann, face to face. Face to face, rutsch ein bisschen rüber, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Dann kommen wir zum ersten EM-Titel, okay, der Frauen bis 57,5 Kilo. Aus Deutschland, Viktoria Dočekanova. Stopp. Aus der Slowakei. Pardon. Du bist gleich da. 56,5. 56,5 Kilo. Ihr Gegenüber aus dem Steko-Sportcenter, Mandy Berg. Siebenundfünfzig Kilogramm. Siebenundfünfzig Kilogramm. Siebenundfünfzig Kilogramm. Sollen wir face to face, nach vorne. Face to face. Okay, please into the front. Ohne. Okay. Von einem EM-Kampfthema zum nächsten. In der Gewissklasse bis 68 Kilo aus Deutschland. Johannes Kurz. 67,5 Kilogramm. Johannes Kurz. Ihm gegenüber aus dem Steko-Sportstudio. Pietro Pierre Hesse. Siebenundfünfzig Kilogramm. Siebenundfünfzig Kilogramm. Siebenundfünfzig Kilogramm. Siebenundfünfzig Kilogramm. Siebenundfünf. 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 Siebenundfünfzig Kilogramm. Ja, drüber müsste die. Ja. Wenn du. Wenn du noch von der Sprache bist. Okay, please think about that. Okay. Gut. Dann kommen wir zum vorletzten Kampf des Tages. Okay, zum vorletzten. WM bis 62,5 Kilo Kickboxen Low Kick. Der Frauen. In die Rote Ecke aus Albanien. Ilda Lelo. So. 62,5. Genau. 62,5. 62,5 Kilogramm. 62,5 Kilogramm. Ihr gegenüber, aus dem Steggussportcenter, Marie Lalle. Ja, 2,5. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann kommen wir zum Hauptkampf des morgigen Tages. Weltmeisterschaft im Superschwergewicht. Zuerst der Herausforderer aus Weißrussland, Piotr Romankewitsch. 101 Kilogramm. 101 Kilogramm. Piotr Romankewitsch. Sein Gegenüber aus dem Stekosportcenter, Daniel Ilunga. 107 Kilogramm. 107 Kilogramm. Daniel Ilunga. 50 Kilogramm. 30 Kilogramm. 100 Kilogramm. Also Leute, wer das nicht verpasst, morgen Steckos YouTube-Kanal einschalten, ab 18 Uhr fangen die Kämpfe an oder wir in München ist 2. Oktober hier, Zeckos-Grode, 19.40 Uhr. Alles klar, dann bis morgen, schönen Tag euch noch und dann hoffentlich bis bald. Also noch einmal, morgen, 19.40 Uhr, live auf YouTube Steckos Channel, könnt ihr das anschauen. Ihr müsst euch vorher abonnieren, das 4,99 € Abo drücken und dann könnt ihr morgen, ab 19.40 Uhr, wird es live ausgestattet. Danke allen und wir wünschen allen gute Kämpfe. Für alle Trainer...